Ich entschuldige mich für all die Leute, die nicht angerufen haben. Du hast einen tollen Auftritt geleistet. Ja. Ja, einen Applaus. Für die Giraffe. Christa Rigozzi, du hast den Schuh so toll gefunden. Vielleicht kannst du es ja jetzt noch. Ich nehme alle vier mit. Wer hat das Gefühl, dass hier nachher steht, sie maskiert? Wer ist es? Von jedem von euch möchte ich noch einen Namen hören. Was ein neuer. Also vorher habe ich Nina Burri... Vielleicht hätte es ja noch ein bisschen studiert. Vorher habe ich Nina Burri gesagt. Aber dann kann mir vielleicht noch jemand anderen im Sinne, oder? Du schau auch. Wer kann du, Dominique? Vera Dilje. Vera Dilje? Oh. War nicht mal so schnell. Ich bleibe bei mir, Zoe. Das tut mir nicht so schlecht. Du bleibst bei Zoe. Dominique. No bad. Du bleibst bei Susanne Kunz. Susanne Kunz. Wir werden jetzt so überrascht sein, es wird vielleicht jemand ganz anders sein. Ja wirklich. Susanne Kunz. Zoe Pastel. Nina Burri. Und Vera Dilje. Das wäre das Vierergespann, wo ihr das Gefühl habt, steht da auf der Bühne. Ach. Ich habe das Gefühl an der Reaktion an. Kämpfele kann noch ein bisschen verdammt sein. Bist du bereit, liebe Giraffe, um dich zu demaskieren? Ui. Das bricht einem sehr. Das bricht einem sehr. Das bricht einem sehr. Schwierig. Ja. Liebe Giraffe, das ist der Moment. Eine Königin. Der erste Moment, wo eine Maske demaskiert wird. Oh. So eine schöne. Sehr schöne. An dem Moment habe ich gewartet, aber es ist irgendwie... Aber ich bitte dich jetzt, bitte zieh deine Maske ab. Oh. 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 Es ist so spannend. Oh Gott. Wer ist es? Wer ist es? Ich bin gespannt. Das ist nicht so einfach, den Topf anzunehmen. Oh. Aber bald ist es soweit. Wir sind unglaublich gespannt. Wer kommt da vorne? Es ist... Tonja Maria Zinzl. Schauschillerin. Bekanntes Lüthi und Blan. Und alles aus dem Link. Tonja Maria Zinzl. Ich muss nicht erraten. Wuuu. Ein riesen Kopf. Unglaublich. Ja, die haben wir nicht geraten. Unglaublich. Ja, ja, ja. Also alle ganz Töne an der Nase herumgeführt, kann man so sagen. Es ist sinnvoll. Es ist sinnvoll. Bist du jetzt eigentlich ganz ehrlich froh oder traurig durfst du den Kopf abnehmen? Ist schon noch schwer, das Teil, oder? Ja, also... Es ist so eine hübsche. Unglaublich. Aber nicht ganz eine lechte. Wie ist es gewesen, wie hast du die letzten paar Stunden hier erlebt? Oh, so eine grosse Herausforderung. Und so hübsch vor Publikum. Und so viel Musik. Und ich denke, wir schauen. Oh, nein. Ich denke, wir schauen. Du hast jetzt wie alle anderen niemandem sagen dürfen, dass du hier dabei bist. Wie schwierig ist dir das gefallen? Ja, das ist mir auch schwierig gefallen im Fels. Es ist mir zwei, drei Mal fast rausgerutscht. Aber ich habe dann einfach irgendwann eine Geschichte erzählt. Und es hat glaube ich funktioniert. Und jetzt muss ich ja nicht mehr. Tonja, aber du darfst noch mal singen. Wir freuen uns sehr. Ohne Kopf. Tonja Maria Zindl. Bitte noch einmal. So einen tollen Showgirl-Auftritt. Crazy Love. Wir brauchen ein Mikrofon, glaube ich, für dich. Ah, dort auf dem Sockellied für dich. Ah, okay. Tonja Maria Zindl. Wir brauchen unsere ersten Kasse, die wir bemaskiert haben. Bitte auch noch einmal mit vielen Beinen. Und bitte noch einmal einen grandiosen Auftritt vorher. Danke, Cine Bayer. Woo, woo, woo에요. Woo. In fiveО-Auftritt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh yeah. Ha, ha ha. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my eyes don't wanna blame. It's all I Cela virkan eyes. Now your love's got me looking so crazy right now Looking so crazy your love's got me looking, got me looking so crazy your love Woooo, yeah, so crazy, oh yeah Oh yeah, Tonia Maria Künzl, unglaublich Die achte Maske war sie, schön war sie da, sieben Masken